So, D-E-N-E E-E, B-E-E Weiß ich, habe aber unter mir jetzt nicht geschrieben. Und ich hasse das, das ist auch schrecklich. Nein, nein. Der Prüfung hat so geschrieben, ich habe gesagt, eine zu sofort ändern, weil es ist auch so komisch ist und eckig. Ich höre, bist du? Hey, hinlose, hinlose, hinlose. Hey, bin der Mann, kommt zu einem Video und wir haben mich jetzt zwei Gäste. Troll Gaming, S4 jetzt abonnieren. Also, wenn du mir auch so, dass keiner Wellen hat, genau. Ich verfolge hier ein... What? Hey, herkomm, herkomm. Au, ich... Ufff. Au. Na, ist so. Du, aber am Intro bei dir hast du dich voll wie Bibis Beauty Palace angehört. Uff, du bist ja auch Julian Bam, Alter. Ich bin Julian Bam. Ah, ins Liefge schon. Ich streame auch jetzt, Alter. Der liebste irgendwie behindert. Warum? Ja, 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 ja. Das ist ein Wurstmich, Alter. Guck mal schnell, schön. Na, jetzt gehst du mir, Alter. Ey, für mich ein Freund dringst Intelligenz. Ah! Nicht. Au. Fuck. Den... 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 Bei Special Guest, der eine spielt aber nicht mit oder so, keine Ahnung, und ich spiele GTA. Und mit dabei ist Danny. Moin Moin. Du lächst mal komplett. Das war's wieder komplett mit deinem Internet. Ist so. Ich spiele GTA ab, ne, zerpfege ich nicht, egal. Ähm, aber nicht mehr. Äh, wenn du mit dem Oberkumpst dann schon. Wenn ich was? Wenn jemand mit dem Oberkumpst dann schon. Warum soll ich denn mit dem Oberkumpst kommen? Oh, wo ist dein Handy, alter? Oh, wo ist dein Handy, alter? Ja, was, wo ist dein Handy? Ach, da. Dämen drauf, wo ist dein Handy, alter? Ja, ich hab sie gesehen. Ach so, ich hab dich zuhören, ich weiß nicht, ich mag es besser, ja. Kann ich Musik anmachen? Ja, klar. Ich hab von meinem Freund den Bruder, äh von meinem Freund äh der Bruder hab ich übelst getestet. Übelst. Was hat er gesagt? Ich hab ihn übelst gemacht. Ich hab ihn nicht gemacht. Alter, bin ich hier oben, bitte. Ich knall ihn ab, knall. Lass ihn abknallen. Kannst du mir eben halt, ne, grad geht, wär so ins Arsch gestehen. Mit seiner Oben geduchten. Da ist kein Blalima. Mein Dings, mein Stream hat voll abgetackt und jetzt auch noch das, man. Da ist voll gegen Angst. Ja. BAM! Aua! Haha, ich hab ihn mitgenommen. Oh! Oh! Jetzt war's komplett, ne? Ja, er voll ab mit Explos-Snapper! Ehrenloses Schwein. Er macht meinen Ruin kaputt! Wie ehrenlos kann man nur sein, Digga! Digga, ich bin gerne einfach das. Ge Ego, Ge Ego. Ge Ego. Ge Ego-Perspektiv, da kannst du schnell bewegen, Danny. Ja, ihr macht noch! Ja, ihr macht meinen Ruin kaputt! Jetzt muss ich jede 5.000 Stunden warten! Lass mich! Es war der Ruin, na? Ja? Habe ich nicht? Ich muss ihm auch beweglich hin und her. Boah, ich kann nicht mal so zocken! Boah, ich scheiße! Du sollst bloß ein Snipen oder so zocken, weil du dich schneller bewegen kannst. Au! Man, lass es! Okay, ich lass es, Digga. Er warte bei mir ist ein Freund drinnen. Ich schwöre, ich spiel mit den Evito! Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre! Da habe ich die andere Wand gefückt. Komm in meinen nemsi! Kannst du wenigstens mich nicht mehr anfangen? Komm rein! Warte mal, Digga! Jetzt! Ne! Ja, das ist nicht Hey, bro, du musst nochmal machen Ja, du musst nochmal machen Fuck Hey, wer guckt mich auf YouTube? bekommt eine ich freue mich gerade warum die waffe die was ich habe die exklusiv so op mann die ist so geil ich weiß aber ich mache es jetzt nur auf ich habe auch mit einer hand kunden telefon wenn ich beim fahren nicht aufs telefon gucken telefon telefon aber danke dass du mich erinnern dass du ihn das erne liegt ich kann nicht in mein lagerhaus sein ist klar ist nur so war da muss kurz das ist ein auftuch das ist eine wiener oder was zeichen mal zeitgeist ja moment ja Schirma! Komm, sagst du mein Sio. Schirma. Hey, ich hab dich eingestellt. Digga! So, jetzt komm rein. Warte, ich hol noch ein Terrobyte. Ich hab auch ein Terrobyte. Ja, wow. Geh kurz das zuerst und holen. Hey, Bergaz. Guckst du dir nicht noch zu? Guckst du dir nicht noch zu? Ja, du postest einen Platz in deinen Stream, ne? Was, Bro? Ja, nicht, genau. Was? Was? Ich hab jetzt nicht gehört, was ich gesagt hab. Ja, du hast nicht. Ich hab' mein Vater gelegt. Ich hab' mein Vater gelegt. Ich hab' fast knapp. Warte, jetzt suche. Warte, ich such kurz in Zelle, wie viel die gekostet hat, ne? Mhm. Okay. Äh, äh, äh. 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 Ja, ich hab' nicht gesagt, scheiße. 708 Euro hat die gekostet. Ja, aber das ist, wow. Aber das ist grad nicht schön gesagt, ne? Was zu gering heute. So. Ach. Oh, ich hab' den Part. Ich hab' den Fall wieder einen, ja. Naja, ja. Ja, ne, bist du jetzt drin? Ich bin ja ein Dingsmin, ja. Ich bin der Einziger in Zukunft. Klappel, jetzt bin ich von Me space. Ja, hab ich fahren. Ja, hab ich von, wo? ich hoffe noch eine ich kaufe noch exklusiv schuldgang warum hast du glaubt die karre mit lila ist die kaffee schon hässlich aus ich finde das cool ist man dahinter das schaut so shit aus ich weiß ich würde ich schwarz machen ja ich würde ich würde so schwarz oben machen die geschockt gerne aus wer stehen selbst sehen oder schwarz unten also blau und oben schutz hier macht sie gut ich will schwarz jetzt schwarz bleibt stehen wir stehen wenn ich weiß wie scheiße wenn ich mir dann wieder die ganzen dinge erholen die jokos sehr schwer ich habe ich habe ja nicht das ist verdammt teuer zu reparieren letztes mal habe ich 10.000 wufe bezahlt ich habe meine karte insgesamt 20.000 also weg ist ja gar nicht für die presse bezahlt machen zu holen hat denn ja drei millionen und plus auch schon immer bei 6 millionen mein freund naja ist so und insgesamt 10.000 beteiligt dafür wenn ich das kaputt mache ich habe das schon nicht um 5 mal kaputt gemacht ab 50.000 bezahlt da war ich so breite wirklich heißt du da oh ich gewöhne ich auch blühte sagen ich muss 6000 bezahlen war oder wie ich habe insgesamt nur ein kratzer gemacht bei meinem auto wenn die fahrzeug ich musste schon irgendwas mit 20.000 zahlen und 6.000 sagen werden die wenn ich dann wieder alles habe ich dann nur leute aber nicht uns wenn einer von euch mit umruf kommt dann fange ich habe weil ich meine der heißt kräfte und das ist der 2 hatte ja ich komme halt nur mit einer droppe aber ich mache keine ahnung auch so ich hab mit ich hab nicht ab dass ich ja was sagen gegen den hat sogar ist gegen den kann zu machen was du das kannst tun was du willst jetzt wirklich in 30 sekunden weg bist du ja nämlich auch schon hat er hat hexel was ich bin mit ich bin mit selbst angekommen war sofort tot wenn du hast mich dann kommt ich bin mit selbst angekommen kommen und dann war schon sofort weg der hat eine achterkarte ich kann auch ein kann charlie holen und ich kann ich halt du hast keine chance alle der bombe dich einmal weg und du bist weg was hat denn die wachen weiter um der spielt mit raketenwerfer und spezial kapitel und das war es und zwei und schweren er macht das große weg die gar das steht gar nicht auf die hage macht dich jetzt rosa und von barriere weg mal das holen nach unten weiß es ist ja ich so schwarz macht wirklich euch nun wirklich ja auch nicht mal ist meine entscheidung ich wollte gerade ich wollte es gerade anders machen ich bin raus tschüss wo kann doch meine kann und geputten erreichen ich noch wo es richtig leider war war ein lässt wie lange lässt wie viel mal meine kann kaputt gemacht ist jeder davon leid mir 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 muss sie das ist gut das ist ich die gar nicht zu ist okay aber der wird auch kein zwei Millionen und wenn in einem Bettel einer kann auch wirklich hier wird und ich habe gesagt wie ich habe ich wollte haben wir gegen die One Gunner an wenn ich Level 5 bin was machst du ich bin komplett Eis anfangen gegen wen Herr Digga der haut schon ab als er hast du gesehen der haut schon ab ich brauch dann bloß drei Millionen für ein für ein Apartment um 11 für auferzieht aber was was ich machte drei Millionen noch plus so zwei Mille oder eine Mille was meine hast du schon die sechs Mille, so gesagt, 3 Mille 5 Mille so gesagt 4 Mille was in 5 Mille ist Tränen aber warum macht er nichts ey Bro warte mal ich guck kurz wenn mein Freund ähm geht ich auch bei ihm rein okay er hat keine Party 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 15 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 20 19 20 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24 25 25 26 Ok Ok Hi Ich bin immer mein Lieblingsmann, Digga Es waren so kleine, äh, es war so, äh, ich weiß nicht, es waren so Instagram, drei Leute, ne Wir haben so Black Ops regezockt Digga Schemburg sagt, was Schemburg sagt zu, Alter, ähm, ich habe einen Freund, der wird, also, äh, ein Freund von mir, der wird sich zerfetzen Ich komme genau rein Dann, wenn man sagt, das ist mein Kollege Ey, ne, ich hab, ah, ich hab einfach die alte Witz Na, Moin, Digga Ey, Digga, nichts, ich mach, äh, äh, ich hole den Klotterpfotten, was meine, unser Digga, 72 Man, wie du grösst, ist 52 Wird zu wissen, Leute, ich streamen, ne? Also, ich mach noch stream Also, wenn du so denkst, warum ich halt so rede halt, dann, ich mach ein stream Ich geh den Team an, stream stream Ey, Kollege, kommst du eigentlich, ähm, auch geht die auch mal an, wenn du hast, oder sowas? Shotgun, 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 kennst du? Äh, ja Ey, Bro, ich hab extra sieht Habt ihr die mehr, ist ein Nude? Ich sag, ey, guck, ne? Ich hab einmal gesagt, extra sieht scheiße Was? Was? Ach ich hab mal an, wenn du hier rein holi schiebt man was war das hatte bis zum skala hatte ich habe mich der typ die ganze zeit sitzt hier so er geht leider will ich kein mehr einig das kann ich mal keine kiddies ab alter so mensch es geht nicht wie alt ich bin dicker ich denke ich bin eigentlich schon es ich denke man hat Spaß und sowas es geht nicht so gut wenn ich halte es erlaubt diesen Laufkunden sind nicht nicht immer der Mann um hmmm Schmau rein, ciao machen Nein, Leon. Ach, der Hurensohn! Der Hurensohn! Der Hurensohn, Leon. Ich schau... Äh, ne... Äh, was mit... Ich kenne mich nicht. Wir müssen Party können. Ey, mein Freund meldet sich grad nicht. Tick, 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 tick. Noch ranging für einen Nachbarn. Keiner Emmerkel. Ach, kein Mensch. ... Ich bin der Hurensohn. Ich kann nur die Hwag oder der H Menbelle. Ich habe da ein paar Hurensohn an sich. Verkürzt, ich selbst... ...kannend... ...ein der Hurensohn. Und das spürt dann immer mehr nach, wenn du gehst. Immer mehr nach, wenn du gehst. Ey, lieber Kollege, was geht? Warte, ich bruch kann nicht. Krass, Exklusel, was ist? Zock mal, kleine Kiddies ab, Alter. Ähm, es wird ne, ich zuck, viele Sachen, bin nicht zummert. Also, ähm, ich bin 13, ich bin 13, und jo. Guck mal, meine Party bitte. Ja, komm mal, Jureen. Was soll von Syrien? Ja, und gut. Wenn du mit dem? Abwech. Ach. 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 Ich werde mich nicht mehr abgeben. Ich werde mich nicht mehr abgeben. die schießen gar nicht mal die dinge aber auch wenn ich nicht so ein ball hat nicht den er macht er braucht man immer den anderen erblieben wenn es anzupieren und nun mal hast warum die müssen ich bin musik ich bin gern von den neuen kunden wird verblügt aber das ist und er will mir insgesamt für mich geben dass ich auch dann weg auf die daß es ist immer der was gott und seien dann kann ich noch nicht du bist doch so geschickt man hier die Burschen eine Ecke geschenkt Autos und Scheiß ein Vergnügen wenn er jetzt so richtig am Arsch ich konnte er sterben und so wie er war und er hat einen Kiffen und die Koppel was ist das was wo 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 Schiet! Ey Lame! Was machen sie denn? Ball hat auf den Helikopter! Ey Lame! Mach ich das richtig oder falsch, Alter? Ey, ich weiß, ich hab das voll angemacht. Ich hab gleich jeden killt. Ähm, aber der hätte kommen sie denn immer so extrem stark. Das ist das blöd, was sie jetzt gerade machen. Äh, einer muss dann hinten sein. Oder mehrere Leute. Keiner, nee, oder, nee. So, abkürzeln will ich. Bin ich aber auch fast kurz hin, ne? Warte mal runter. Ey Brocken, Tati! Warte kurz, wir kommen richtig hin. Ja klar. Warte kurz, wir kommen richtig hin. Ich gucke grad schon was wir machen. Ich hab dir gesagt, es kommt mir ein bisschen fake. Ich hab ihn jetzt darauf angekuckt. 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 Lächerlich, was willst du? Lächerlich. Ähm, Michi hat mich grad eingeladen. Ich hab dich eingeladen. Ich hab dich eingeladen. Wenn du hinterher hier aggressiv. Und man wim guck mal wenn, wer beigetreten ist. Mäden die Kindheit und ich bin nicht in der Bibliothek nicht in der Bibliothek und mein Gott wie mich hier Oh, Fahdi! Oh, jetzt aber wieder! Wir gehen in den Spielchat, ok? Na klar. Wer hat? Wer zu? Wer ist es für heute? A Wunderbar? Ja, ich hole機! Wo ist es, war gerade? Wer ist es? Was haben wir dann hier auch angekommen? Das war auch.